Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leutini und herzlich willkommen zu Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal sind wir hier zur Gamma-Kantine gekommen. Nein, so Kolonie Gamma hieß der Ort hier. Ich hätte gerne einmal das Essen von hier. Oh, Räucherrocklett. Sieht lecker aus. Und Ino trinkt da hinten einen Hintergrund ihren Äther. Tja, ich trau dieser Siedlung hier nicht so wirklich. Weil ich schon noch denke, dass die uns angreifen werden. Hallo Kairi. Ich habe die Falschheit geredet, oder? Nee. Ja, du kannst helfen. Wir waren das Monster, wie es scheint. Nee, das war von vorne rein keins. Ja, die hatten uns halt auch als Monster gesehen. Irgendwann sind unsere drei Kollegen hier. Hat euer Aussichter wunderbare Sachen für mich im Angebot? Und eventuell rein zufällig. Das ist absolut unbrauchbar. Nie und nimmer schaffe ich es mein Leben über 90 zu halten. Aber die anderen sind eigentlich ganz praktisch. Wir müssen noch in Erfahrung bringen, warum die uns gerade nicht angreifen. Die werden ihre Meinung noch ändern. Darauf wette ich. Natürlich. Okay. Hm. Wir sollten die Regen die Flammen wohl kaputt machen. Always nice to have more friends. Okay. Ist komisch, dass hier so gut wie gar keiner mit mir reden will. Willkommen doch drei unserer Leute sogar von hier. Ich will dich folgen. Was haben wir denn hier? Oh, eine Kiste. Oder besser gesagt ein Container. Gegönnt. Da waren Edelsteine drunter. Edelsteine nehme ich immer gern. Da unten will man noch mit mir reden. Alle anderen haben kein Interesse an mir. Willst du nicht? Wir sind halt Leute verschwunden, ne? Und wir wurden als Monster gesehen Das müssen wir ja an dem Esstisch besprechen Das ist echt interessant Auch wenn ich hier auf die Karte gucke Hier sind kaum Leute, mit denen man quatschen kann Hier hinten In dem Eck Versteckt sich offenbar jemand, der ansprechbar ist Der Commander So eine riesige Siedlung Und keiner will reden Ihr wart wohl ziemlich unbeliebt, ihr drei Wenn die alle nicht reden wollen In meiner Siedlung damals konnten die gar nicht genug davon kriegen Um mit mir zu quatschen Um Gottes Willen habe ich viel zum Bequatschen Erstmal das hier Mehr oder weniger Ja, die sind ja verschwunden Sind wahrscheinlich Äh, von diesem, äh, Konsul erwischt worden Ich bin Ich muss sagen, dass das die Sorry Shoulda kept my mouth shut No, you didn't do anything wrong, Uni All the soldiers left in the colony are newbies Die sollten immer noch die Flamme kaputt machen. Alles. Danke, dass wir uns in, keine Fragen beantworten. Schau, ich weiß, dass ich gesagt habe, dass er ein Vertrauen ist, aber... Nein, Noah ist richtig. Ich wollte ihn alles erzählen. Und wenn wir sprechen, können wir das alles ausbauen können. Wir können nicht nur die Menschen glauben, während wir die Wahrheit schütteln. Ja, das macht mehr Sinn als zu bleiben und zu schütteln. Genau. Äh, wahrscheinlich werden wir nicht eingegriffen. Er ist verrückt hart, aber verrückt auch. Hörsch. Er sah nicht aus. Sie sahen wirklich nicht streng aus. Sie sahen. Wir haben wieder zurück zum Commander. Jetzt kommt der Konsul zurück und dann greifen wir uns alle an. Ah, ja. Wie ist alles? Wenn du noch nötig bist, dann... Commander... Es gibt noch etwas, was ich mit dir diskutieren würde. Natürlich. Du hast nicht gedacht, dass du einfach ein Report gewonnen hast. Dann, sollen wir uns reingekommen? Das wäre für dich besser. Ja, das wäre sehr hilfreich, danke. Ah, ja. Ich weiß, was ich bin. Lass uns da sprechen. Was? Commander, bitte. Wir müssen nicht da gehen. Es hat eine schöne Sicht. Und eine besondere... Die haben schlechten... Die haben ganz schlechte Vibes zu der Entscheidung des Kommandos. Wir werden das nicht verletzen. Ich würde lieber nicht zu verlassen, aber leider habe ich noch ein paar Arbeit. Warte für mich neben dem Training. Ich will dich so schnell wie ich kann. Oh, sehr gut. Sie waren fantastische Soldaten. Ich würde so weit gehen, als zu sagen, dass sie die Präde von Agnes waren. Also, jetzt sind sie Trailer. Die Leute sind... Nicht wahr? Sag ich doch, der Konsul kommt. Ja, da steht der Penner. Aber... Ich bin der Kommander. Wir werden sowas von die Flamme kaputt machen. Ich werde sie mit ihnen. Du kannst die Sache mit mir verlassen. Die beiden wussten schon, dass das Böse endet. Die beiden wussten schon, dass das Böse endet. Ich bin der Kommander. Ich bin der Kommander. Sorry, dass du geholfen hast. Ich bin der Kommander. Sorry, dass ich geholfen habe. Guck mal, Inos auch mal mit dem Bild. Okay. Okay. Ah, er ist ein Held, der mitkämpfen kann. Und hat Ino jetzt gerade sitzt. Nein, der will uns in den Rücken stechen, ich spüre es. Ich spüre es in meinen Eingeweiden. Der Punkt sagt doch sogar an der Klippe. Das sagt doch schon aus, dass er uns verprügeln will. Die Viecher sind stärker als ich, oder? Vom Level her, ja. Ich lasse die mal in Ruhe. Aber Sido ist in der Gruppe, das heißt, er ist einer der Helden, die man kriegen kann. Und wir befreien ihn jetzt so gesehen. Seid ihr böse? Nein. Dieser, glaube ich, die guten Hasets. Ja, ich in die Hülle. Eine Hülle, die ich erst freikämpfen muss. Wer bist du in Frieden, Ruden, Soldat? Ja, der will uns sowas von angreifen. Ja, ihr seht ihr Schritt. Genau. Das ist wo es realen wird. Erstens, imagine eine Stärke. Die Stärke ist in die Erde, so tief, dass es einer mit der Erde wird. Jetzt behebte diese Gefühl, und das ist wie du einen Schritt beherrst. Deine Brücken sind die Stärke, in diesem Fall. Äh, sieh doch an diesen Berg hoch. Ach, jetzt geht es. Komm, ich, äh, diesmal an die Kiste dran, an die ich letztes Mal nicht ankam. Um Gottes willen sind die Gegner hier stark. Ist da oben eine Telephia? Nee, das ist ein Vogel. Äh, Telephias sind ultra starke Wesen, die es schon bei jedem Silent Lake gab. Die können ein Ultra in den Hintern treten. Komm, ich brauche XP für das, was kommt. Ich hoffe, ich kann die Fähigkeit auch nutzen, ohne dass der an meiner Seite steht. So, mein erstes Blocker Platz. Die Heiler machen ihren Job mal wieder, wie man sieht. Balloum. Balloum. Haben wir jetzt einen Ouroboros in der Angriffskette? Entfesselter Drache. Halt, während der Angesketten 5,5% ist einge... Oh. Gerne. Okay. Erstmal eine Heilung. Würde ich sagen, ne? So, er muss den ja auch abschließen, ne? Fessel. Oh, der hat nun Schakus. Um Gottes Willen. Ich habe gerade gesehen, dass hier Senna gleich vor der Klippe stürzt. Okay. Start auch mal noch im Winkel dafür. Hätte ich nicht gedacht. Die schmeißen wir um. Ich mache mal die physische Abwärtsnäßes runter. Jetzt kommt der Klippe. Ich bin vorhin gekommen. Wirklich. so, Pam! işte. Und wieder! Check this! So, was ist derProben? Ich habe es doch schon geschafft. Und nochmal heilen. Ich würde sagen, der ist tot. War der nur fast 100.000 Schaden. Was gut ist, das war ein Flächenangriff fast durchgehend. Das hat den anderen mitgetroffen. Ich sollte mich jetzt aber darauf konzentrieren, um mal die Quest weiterzumachen. Wir wollen ja heute noch den neuen Helden beischalten, ne? Auch wenn ihr neue Gegner seid, ich muss euch mal ignorieren. Nee, lasst mich mal durch. Da vorne ist ein Rastplatz. Ihr bringt uns zum Exekutionsplatz. Es hat nur die Kraft an sich, aber nicht die Ausdauer. Die Schlage zu trainieren ist, die ganze Körper zu arbeiten, stattdessen zu viel auf jeden Fall zu fokussieren. Ich bin sicher, dass es nicht ein Problem ist, aber es bleibt, und du wirst dich selbst rauskommen. Oh, wow, ich verstehe. Hm, nicht gut, aber ich glaube, ich glaube, ich habe das schon gelernt in der Vergangenheit. Ich bin sorry. Du, komm. Schöyligog Ich glaube es ist kaputt. Ich habe das Gefühl wir machen mehr Training als alles andere gerade. Aber erstmal Rastplatz. Da haben wir zumindest einen Schnellreisepunkt. Darf ich da wieder einen Berg hochkraxeln? Da ist eine Liebisch, so heißen die Viecher. Nicht bis jetzt. Perseveranz, Leute. Ich zeige euch. Das ist ein Schnellreisepunkt. Das ist ein Ort, ein Ort, um zu schützern. Auch die Krieg zwischen Agnes und Kevis fühlt sich ein Welt weg von hier. Ja, es ist. Ich glaube, du wissen über das Stadte der Kolonien Gamma. Ja, das ist eigentlich was ich wollte. Dann kann ich dir sagen, dass du nicht musst, Mio. Was? Du... Nichts? Du verstehst du noch nicht? Ich meine, dass ich dich hier und jetzt mit dir will. Was? Aber du... Du schützst den Traitor, Ouroboros, von unseren Ranks ist eine Sache der höchste Priorität. Ich bin der Kommandante der Kolonien Gamma. Ich kann nicht diese Aufgabe nicht schützern. Du verstehst? Was? Dass du uns hier ausführen hast? Ja, ich bin auf die Speed, danke. Niemand in der Kolonien will lernen, was du bist. Verstehst du, dass ich das nicht in der öffentliche mache, ein signat meiner Respekt für dich. Aber Kommandante, warte. Bitte, einfach hör. Ich will nicht sagen, ich wusste es, aber ich wusste es. Ich wusste, der wollte, äh, uns abmursten. Wäre nicht am besten, wir schmeißen ihn einfach von der Klippe. Ne, genau da ist er in die Kampfgrenze. Schade, er schwankt nicht. Schade, er schwankt nicht. So, der hat einen Rückprall jetzt erlebt. Der hat so eine Flamme in seiner Lebensleiste. Ob die irgendwas bedeutet? Just one! Just one! Just one! Hey! Come on now! Freeze! Verdammt, der will, äh, irgendwie leben. Wir werden ihn aber bestimmt befreien. Da gehe ich je in der Wetter ein. So, schwanken. Er fliegt. Okay, es hatte was zu bedeuten. Mhm. Für Spock's sake. We can't take him down and he's just one guy. I knew he had stamina but this is... You too display impressive power, but it's that power which is the cause of everything that's gone wrong, threatening the lives of others as well as yourselves. No, you've got it wrong, we... No, this isn't something that only concerns you. This power is a maelstrom that surrounds the world. A maelstrom eventually becomes a raging torrent that swallows lives without mercy. If you really know what's going on in Colony Gamma, then you must understand this. That's... So, tell me, Neo. Was it the power of becoming an Ouroboros that drove you to the other side? Were you reduced to merely one part of a maelstrom? No, you're wrong. Hör doch mal zu, dann wissest du, dass es anders ist. We became Ouroboros by pure chance. But we thought there was such power we'd be able to do more. Ha! Do what? Keep the world alive. Find new ways to use our lives for... I don't know. I can't put it into words. But that's what we want to use it for. That's all I'm sure of. Very pretty words. We can only... We can only go forward. We want to find a way that doesn't involve sacrifice in lives. Okay, no. Looks like I've misjudged. What? Well, you've heard for yourself. I don't believe they are traitors. In my capacity as commander, I judge them not deserving of death. Are you in agreement, Consul? The Consul is here. The Consul is the Böse. So this is where you are hiding. What a lovely fiction. Bravo. The fact remains. Ouroboros will destroy the world. But that's just one possibility. Still, people can change. I choose to believe them. Like the old you. Yes. I had no will, no resolution. Only shame. But they aren't me. They will walk a different path. You shall persist, no matter what. You gave me a chance to fix it. I have an obligation. So let's stop doing things your way. Let's end that here. Very well. Then I shall make you and the traitors recant your folly. The power of Mobius. Come on. Da gibt's ein Problem, ne? Wir müssen die Flamme auch kaputt machen. Right, you lot. Time to walk the walk. Prove that this power leads to light. We will. Ach, Mobius, warum? Come here. Show me what you've got. Let me take your tank, you. Ha! Oh, die Umgebung wird sich ganz anders behält. Eat this! You! Let me take your tank. Kann er von so einer Reichweite überhaupt auf die Flamme zugreifen? Ich weiß ja nicht, was seine Range ist in der Hinsicht. What? Let me take your tank. Without stopping. I'm waiting here. Hey, Nick. That's my way. What? Just walk. How about this? Nice. 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 Wie's wir die Angliskette haben. Come on now. Come on now. I gotta push through the. You stay on guard for now. Come on now. Let me give you a tank. You won't get away. Come on, now. Come on, now. Come on, now. Come on. Come on now. Du kriegst jetzt alles up. Warte mal, mit Senna erstmal so positionieren, dass ich seitlich stehe. Ach, du blockst nix mehr. Ah, ich kann mich selbst hier nicht ins Schwanken bringen. Oh ja, klar. So. Alle, er ist mir geboostet. Ich habe eine Idee. Ich habe meine Struktur. Alles klar. Da zack. Die mache ich alle. Meine Güte hält der aus. Ich habe meine Struktur. Wie ist das? Ich könnte die Antworten haben. Ich werde es machen. 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 Selbst mit einer Kette, ne? Verrückt! Geht doch, er ist down! Wir müssen noch die Flamme kaputt machen. Wir müssen noch die Flamme kaputt machen, nicht wahr? Es ist. Gehen wir zurück in die Kolonie und entscheiden, unsere nächsten Schritte von dort. Gehen wir zurück in die Kolonie Gamma. Sie wissen, was Sie tun müssen, oder? Natürlich. Ich habe es planiert. Ja, Leute, das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Der Mobius Kampf hat gerade schon genug Zeit gefressen. Wenn es euch gefallen hat, heute endet das Video den nächsten Abonnenten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Wie geht es? Bis zum nächsten Mal.